herzlich willkommen hier zurück zu star wars galaxy of heroes da muss mir daran gewöhnen ich will immer heroes of galaxy sagen aber galaxy of heroes wir machen jetzt hier weiter bzw wir sollten trainieren wir könnten so was machen ausrüsten ja noch mal was okay nein scheiße ja okay orange heißt in dem fall geht nicht alles klärchen suchen gar nix geht nicht okay alles klar brauche stufe 2 können wir damit in fähigkeiten was machen wo alle morgen 18 okay dort karte da muss ich es auch jetzt noch zurechtfinden nene wir kaufen nix ich weiß schon die wollen darauf hin dass wir hier schön was kaufen aber nein 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 das war nicht wir machen jetzt mal das hier oder ja abholen aber abholen alles der aufstieg am anfang fällt immer relativ leicht dann machen wir daten pack das was machen wir samsung daten pack verbleibende zeit gratis warum denn nicht danke samsung was ist leider benutze ich kein samsung mehr dann hier wird natürlich warum denn nicht so Ja. Können wir da unsere Erfolge abholen? Geil. Freut mich natürlich. Was brauchen wir da? Datenkarte kaufen. Geht nüt. Geht nüt. Geht nüt. Da brauchen wir... 8... Okay, das ist heftig. Sergeant... Den könnten wir noch... Datenkarte kaufen. Okay. Vielleicht nehmen wir den statt den. Ja. Probieren wir einfach mal aus. Wissen zuerst, wie wir wollen... Wir können mal tägliche Aktivitäten machen. So. Training, Training, Training. Den. Zuweisen. Wir trainieren wir einfach mal. Komm. Machen wir. Also wir haben ja... Worte. 97.000. Okay. Warum haben wir plötzlich so viel? Oh, da muss ich mich echt noch ein bisschen reinfinden. Das ist echt nicht so ohne. Fördern. Okay. Okay. Kriegen wir da... Oh, da kriegen wir es mir. Geil. Geil. Das freut mich. Alles klar. Haben wir da schon was? Nee. Nee. Warum sollten wir da plötzlich was haben? Wär ja blöd, ne? Wenn wir da plötzlich was hätten. So. Erfolg. Können wir abholen. Darf. Vader. Äh. Kristallgedöns. Okay. Cool. Äh. Dann machen wir da mal weiter. Und guck mal wie das so läuft, ne? 98.000. Ja, leck. Warum haben wir plötzlich so viel? Ja, so machen wir das natürlich. So macht das, so macht das Spaß. Alter, der haut es richtig rein. Ja, leck. Was kann der? Ich mach' das. Fahr' mir da mal durch. Geil und so. Geil und so. Geil und so. Geil und so. Geil uns. Der versteckt sich da hinten, das ist geil. dass sie sich das ist dann gleich beide sich heilen können sagen soll muss ich so mit dem spiel beschäftigen das ist echt crazy weil es echt wieder ganz anders ist als bei der widerstand was ist das geräusch dahinten ich bin leider kein absolut dass da muss werden deshalb kann ich da leider nicht so viel das was die ganze geräusche sagen sollte weiß ich weiß es einfach ausgewickelt ja geil das tötete endlich da kann er noch gar nicht ausgewickelt so abgelenkt ja was ist los mit dem warum können die sowas da hinten kann man nicht so viel da reicht noch nicht so viel so endlich jetzt der begegnung ich weiß ich vielleicht habe ich heute mal zwei passen vor allem der wahrscheinlich ja wort ist der hat das war sie das ist komisch an wir müssen den angreifen das wird heftig Jetzt wäre es gut, wenn wir den hätten, können wir wieder heilen, weil die sehen wir müssen jetzt eigentlich auf den gehen, aber der kann heilen, und heilen ist jemand scheiße, das wisst ihr ja, das wisst ihr ja. Ach, so, endlich, sehr gut, Belohnungen, ach das freut mich, wie mich das freut, gratis, ja ne, gratis nehmen wir immer mit. Ist da wieder was gratis? Ja klaro, nehmen wir natürlich. Gratis nehmen wir alles mit, ist ja klar, warum denn nicht? Okay, gut, haben wir wieder erfolgt, den holen wir natürlich ab, Charakter aktiviert, aktivieren, natürlich aktiviere den, von diesem Samsung Pack. Der ist aber nicht wirklich gut, oder? Kann der was besonderes? Ja komm, wir trainieren den jetzt mal. Geil. What? Geil. Boah, geil. Sturmtruppler und Sergeant. Hier die Konsul, den trainieren wir mit dem, zuweisen. Oh, das kostet einiges, aber das machen wir natürlich. So, haben wir hier was? Ja klar, haben wir hier was. Da haben wir auch was. Nein, suchen wollte ich nicht. Sonst irgendwo? Das ist gut, dass man das hier gleich sieht, was man quasi neu auswählen kann. Finde ich gut, das ist cool, das ist gut gemacht, finde ich. Schade. Gratis sah nix, ne? Cool. Okay, gut, gut zu wissen. Lieferungen? Oh, okay. Ah, da, ah, okay, alles klar. Gut, dann machen wir da mal weiter. Machen wir ein Kampf? Ja, okay, dann können wir das, okay. Erst bei der dunklen Macht können wir die andere verwenden. In dem Fall. Dann machen wir das noch. Mh. Dann machen wir das noch. Mh. Also, nach diesem gleich, nicht nach der ganzen 3er Gedöns. So, das war's jetzt, das mal beim nächsten Mal, das war's jetzt für diesen Part. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat, liken. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, abonnieren. Das haben wir das mal nicht gesagt, aber bitte tut das. Wär ganz cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.